Es waren mal drei sehr verschiedene Mädchen. Die so drei ganz verschiedene Frauen angewachsen sind. Sie sind brillant, sie sind schön und sie arbeiten für mich. Guten Morgen Angels! Ich weiss, ihr seid beschäftigt, aber wir haben einen Auftrag, der nicht warten kann. Herr Rahm ist verzweifelt. Er hat den Auftrag, bis heute Abend eine Weihnachtsbotschaft aufzuzeichnen. Wenn er das nicht schafft, hat das böse Konsequenzen. Seine Facebook-Mände würden sich gegenwenden und seine Kunden hätten kein Verständnis. Dann macht Spass. Konsequenzen 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 5. Konsequenzen 10. Kerlen 10. 14. 15. 17. 16. Und, war die Mission erfolgreich? Ich denke, der Hund war hin und weg. Die Angels sind so schnell und charmant wie immer. Ich denke, 2015 kann kommen. Der Jahrestest war auf jeden Fall erfolgreich.